willkommen zu einem neuen video mal wieder ein kleines paket angekommen endlich mal würde ich jetzt mal sagen nach zweimal fehl sendung ist jetzt mal ein 13 kilo best of paket wie es mein kumpel gesagt hat angekommen und das packt man jetzt mal aus mal gucken ich bin gespannt da haben wir als erstes hier das stauderrohrtyp hell das ist richtig lecker sieht nicht so aus es ist mein handy als zweites haben wir das andexer kloster dann haben wir das noch mal zweite reihe haben wir noch mal das stauder ok ein gaffel kölsch das ist auch gut und das noch hier kommt ein best-of-paket so ein quatsch hier ist natürlich meine drucker dosen mit klingeln schickt mal wieder eine zündkerze jägermeister kümmerling 35 kräuter für magen dann haben wir hier noch mal der stauder dann sind wir schon bei der letzten reihe kleine klasse hier ein gepackt hier wie so ein best-paket ja kommt ja auch aus das ist schon auf hier ja super aufgeschnitten das bier super oh man ok alter alt das habe ich aufgeschnitten super hat gleich geploppt ja das trinkt noch gleich nachher und was haben wir jetzt hier als vorletztes so oh das ist ein na na okay keAR zugemacht hoffentlich hat die king so was haben wir jetzt hier als letztes drin die ganze scheiße muss ich alles aufräumen so hat er auch wieder zwiegelt hier so ist das jetzt die kamera hier so zugeklebt jetzt muss ich das schon wieder das nächste mal als letztes haben wir hier noch ein index kloster das ist aber ein anderes ein rotes dann sage ich mal danke für das paket hoffe er hat gefallen auch wenn das handy mal ein bisschen gerutscht ist